So, Servus Sportfreunde zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Zuerst einmal wünsche ich euch alle frohe Ostern, mit eng einer Familie, schönes Eier suchen. Und dann kommen wir zum heutigen Thema. Heute ist der erste Vorflug. Ab dem Mau. Das sind für mich knappe 90 Kilometer. Die Tauben sind um 10 Uhr gestartet worden. Jetzt haben wir es 10 vor 11. Und die nächsten 20 Minuten rechnen wir mit Tauben und dann melden wir wieder, wenn die ersten im Anflug sind. Wie man sieht, das Wetter ist hervorragend. Heute Nacht war es noch ziemlich kalt. Das ist natürlich nicht so gut wie die Tauben. Aber wie gesagt, schauen wir, wie das Ganze heute läuft. Wir haben jetzt 35 Tauben dabei. 21 Vögel und 14 Weibchen. Wie gesagt, schauen wir einfach, wie das Ganze heute läuft. Also bis gleich. So Sportfreunde, jetzt haben wir es kurz noch 11. Die erste Taube ist im Anflug. Scheint allein zu sein. Kinder. Die nächste Taube ist später. Der erste ist zu Hause. Sonst sieht man im Moment nichts. So, jetzt haben wir eine Minute später. Da ist der Zweite im Anflug. Da kommt der Dritte. Das ist der 71. Das ist der 326. Also bis jetzt drei Vögel. Da oben kommt Nummer 4. Das ist meine einzige Schwarze, die ich da jetzt gekommen sehen habe. Da oben sind sie. Das ist die 122, die Schwarze. Grüße an Eichen Robert. Also sind wir jetzt bei fünf Tauben. Da oben kommen wir an den nächsten zwei. Jetzt sind wir bei sieben. Da kommt die Achte. Da kommt die Achte. Hier will ich gehen. Da kommt die Achte. Das ist die Strukturen. 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 Der Fremde hat sich nur eine kleine Pause gegönnt. Das ist die Strukturen. So kommt der nächste. Das ist die Strukturen. 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 Das ist auch wieder ein Weibchen. Und dann kommt da wieder der nächste. Schauen wir kurz. Und dann kommt das. Das ist die Strukturen. Das ist die Strukturen. die weiter kommt. Also es geht doch ein bisschen schlepp hin. Einfach ein Vogel, zack, kommt rein. So mag ich das. So, dann haben wir jetzt zwölf daheim. Und dann melden wir mich wieder. So Sportfreunde, jetzt haben wir nach dem Flug 35 Tauben worden gesetzt. 32 sind zurück. Im Moment fehlen noch 3 Tauben. In dieser Zelle fehlt der Vogel. In der unteren Zelle fehlt auch der Vogel. Und ein Weibchen fehlt. Das ist das Weibchen da vom 553. Die ist noch nicht aufgetaucht. Aber es ist ja noch viel Zeit. Ich hoffe, dass es dann noch kommen. Im großen Argons bin ich eigentlich zufrieden mit dem ersten Vorflug. Der Großteil war ziemlich zügig da. Dann sind sie einzeln gekommen. Da war jetzt der erste Vorflug. Und das Reisejahr wurde erst begonnen. Und dann schauen wir, wie das weiterläuft. Wie gesagt, im Moment bin ich ganz zufrieden. Wenn die drei vielen denen da nachkommen, war ich natürlich noch zufriedener. Die waren auch beide mit. Der blaue ist der 528 und der 523. Und ziemlich zügig zu Hause. So im Großen und Ganzen. Da schaut die Tauben auch gut aus. Nicht so. Und dann werde ich jetzt die Tauben auch wieder trennen. Und dann wird gefüttert. Und dann wird die Woche wieder weitergearbeitet und vorbereitet für den nächsten Vorflug. Und dann beginnen auch schon bald die Preisfrügeln. Und da geht es dann um die Wurst. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen alle eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Servus.